Mit Abonnenten Du hast gedacht ich bei dir ganze Wagen nur um Schaden zu fahren? So läuft das aber nicht bei der Firma J-Bill. Was ich jetzt gerade am machen bin. Zu unseren Aufgaben gehören die Kontrolle von Teilen. damit wir alles sauber und richtig an den Produktionsmitarbeiter übergeben können. Ich trage die Materialnummer ins System. Dann kommt es von den Cartex heraus. Ich muss nur noch kontrollieren, ob es übereinstimmt. Jetzt stelle ich die Ware bereit. Und wenn alles übereinstimmt, kann man es in der Produktion überlegen. Bei uns durchläufst du jeden Logistikbereich, damit du für die Prüfswelt bereit bist. Und nicht vergessen, Safety first always! Und mit den Lernenden haben wir es immer cool und lustig. Und bei unserer Firma sind wir alle per Dung. Und mit den Lernenden haben wir es immer cool und lustig. Und bei unserer Firma sind wir alle per Dung. Und mit den Kappen fahren. Aber das können wir auch bei uns machen. Hat es dir gefallen? Dann pack die Chance und bewirkt dich jetzt bei J-Bill!